9 Kilo plus 14 Kilo Rad macht 23 Kilo. Perfekt, um mal 5.000 Meter hochzutragen. 5.600? Stimmung! Gestern Abend gestartet um 9, in einer ziemlich abenteuerlichen Nacht, immer in Gondokohula. Wir haben noch überlegt, ob wir ein Steigeisern zu überhaupt brauchen. Jetzt im Nachhinein, und ich bin Gott froh, dass ich dabei hatte. Ich bin froh, dass ich oben bin. Ich bin froh, dass ich dabei habe. Musik Musik